Moin denn, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zum... Ja, ich weiß, es ist gelogen, zum Toilet-Management-Simulator. Wir sind gerade dabei, unser kleines Kackhaus hier ein bisschen einzurichten. Die erste Toilette ist auch schon fertig, es ist aber bis jetzt noch keine Kundschaft gekommen. Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie eröffnen müssen oder so. Ich kann mich jetzt hier hinsetzen und dann wahrscheinlich hier wie so die Klofrau hier einfach warten, beziehungsweise auch Kloman, wir wollen hier nicht gendern oder sowas. Was ist das? Ah, wir können das Licht an und aus machen. Ah, guck mal, jetzt ist auch Licht an hier im Scheiße Haus, sehr schön. Wir brauchen auf jeden Fall jetzt noch einmal was für die Damen. Bevor wir uns aber um die Damen kümmern, gehen wir einmal in den Supermarkt, denn ihr seht, ich habe Hunger und brauche eine Dusche. Heißt, wir gehen kurz nach Hause, ich habe vergessen, wo wir wohnen, irgendwie hier gleich. Genau, neben dem Dance-School-Dings, ist doch ganz einfach, kann man sich doch easy merken. So, erstmal nach Hause, kurz pennen und wenn wir das erledigt haben, dann gucken wir auch mal, was der Obdachlose denn für eine Quest für uns hat. So, erstmal pennen. Willst du schlafen? Ja. Oh, scheiße, Mann. Alter, stabiler Rücken, du, läuft. Schöner Rücken kann auch entzünden, ne? Muss man eben hier ein Stückchen Kaffee trinken. So, das Game ist schon mal nicht abgekackt, das ist gut. Dann gehen wir schnell duschen. Also, ich sage mal, so ein stabiler Body hat er, ne? Der Body ist schon in Ordnung. Aber die Augen, die Augen, die Rücken mich aus. Das muss ich sagen, wie es ist. So, dann eben kurz was essen, mal sehen, was der Kühlschrank so hergibt. Pizza geht ja irgendwie nicht, man kann ja nur Bohnen essen, offensichtlich. Warum? Warum? Ja, Bohnen essen und Furzen, das ist das Ding. So, habe ich meine Portemonnaie dabei? Hä? Muss ich das jedes Mal wieder einsammeln, oder was? Scheiße, Mann. Offensichtlich müssen wir das jedes Mal aufsammeln, ja. Cool. Gut. Dann mal los. Wir haben noch 123 Dollar, beziehungsweise Euro. Das sind sogar echte Euro, verrückt. Und jetzt schauen wir mal, was unser Klo macht. Kann ich das irgendwie eröffnen? Gehen wir nochmal auf P für unser Phone. Klempner, my games, Statistiken. Kabine 1 ist ready. Kunden, 0. Homeless Friendship. Oh, man kann auch Beziehungen aufbauen. Ich drehe am Rad. Rechnungen. Keine Wasserrechnung, keine Stromrechnung. Das ist schon mal gut. Briefkasten. Nichts. Beschäftigung. Täglicher Reinigungsservice. Nö, brauchen wir nicht. So. Also eine Kabine ist ready. Es war halt bis jetzt nur noch keiner drin. Wird das irgendwann mal passieren? Kommt da mal irgendwann jemand? Oh, hier der Klorollenhalter. Geil. Voll vergessen. Habe ich draußen liegen lassen. Muss ich da auch Klopapier dran machen oder was? Was passiert jetzt? Warte ich halt mal gedrückt. Aber was passiert da jetzt? Hä? Keine Ahnung. Egal. Ich weiß nicht, ob die noch ein scheiß Haus... Äh, hier. Kann ich das irgendwie weg machen? Ich glaube, wir brauchen irgendwie einen Besen oder so. Ich gehe nochmal in den... Ich gehe nochmal in den... Den... Supermarket hier. Dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie noch einen Besen oder sowas kaufen können. Und dann ist mal die Frage, wann kommt denn da mal Besuch? Wann kommt denn da mal jemand? Der mal kacken geht. Moin. Ich bin auf der Suche nach einem Besen oder so. Haben sie sowas im Angebot? Offensichtlich nicht im Baumarkt. Nö. Ach, das ist alles frei und das kostet dann schon. Okay. Na gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja nochmal einkaufen. Wir brauchen nochmal ein Klo. Das wird aber teuer, ne? Egal. Also eine zweite Kabine muss halt an den Start gehen. So. Klo. Sende an Toilette. Dann brauchen wir ein Waschbecken. Sende an Toilette. Wir brauchen eine Tür. Wieder das Billigste, was geht. Ach, scheiße. Ich hab sie storniert. Wenn man draufklickt, storniert man. Tür. So. Sende an Toilette. Und... Ein Klorollenhalter. Wollen wir so nett noch sein? Ich würde sagen, doch, komm. So nett sind wir noch. Die drei Euro für ein Klorollenhalter. Die haben wir gerade noch über, ne? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch noch einmal bei der Damenseite ein Klo ready. Weil ich sehe hier bis jetzt eigentlich nur Damen rumlaufen. Vielleicht ist das der Grund, warum wir noch überhaupt keinen... Alles klar. Ist okay. Ja, gönnt ihr. Ist ein bisschen random, aber... Alter, noch hart am Schwitzen, ey. Krass. Sieht aus, als wäre ich aus Plastik. Wie so eine Barbie-Puppe. Na gut. Let's go. Wann kommt hier denn mal Kunscher, verdammte Scheiße? So. Buff. Einmal das. Dann eine Toilette. So. Toilette ist am Start. Dann eine Tür, damit man auch in Ruhe kacken kann. Ganz klar. Hä? Hä? Scheiße, Mann. Das Waschbecken gilt echt für die eine Toilette. Gib mir das wieder her. Danke. Da muss es ran. Die Waschbecken sind an die Toilette gebunden. Verrückt. So. Und dann eben noch... Die Klorollenhalter dran packen. Und dann geht's los. So, Leute. Mein Business ist eröffnet. Ihr könnt hier ruhig jetzt... Ne? Kann losgehen. Vielleicht fehlt echt noch Scheißpapier. Ich guck mal eben, ob wir noch Klopapier kaufen müssen. Also, von mir aus kannst du jetzt abgehen. Also, Klo ist offen. Muss man das irgendwie noch eröffnen oder so? Nö. Muss ich mich da reinsetzen? Ich hoffe doch nicht. Ich muss mich doch noch nicht da reinsetzen. Das wäre ja Wahnsinn. Machen wir eben die Tür hier zu. Die Tür auch zu. Und jetzt könnt ihr hier reinkommen und... Und kacken gehen. Muss ich die Leute vielleicht ansprechen? Hallo? Heu, heu, mit E legen wir uns die mal lieber nicht an. Gehst du jetzt mal... Du siehst aus, als hättest du echt einen Furz quer. Vielleicht musst du mal einfach nur entspannt einen abseilen. Da vorne ist ein Klo. Gönn dir doch einfach. Muss ich dem Handy irgendwas machen? Klempner mieten? Nö. Statistiken? Noch keinen einzigen Besucher. Zwei Kabinen sind da. Vielleicht muss ich erst mit dem Homeless-Typen reden. Wir reden jetzt mal mit dem Homeless-Typen. Der hat Quests für uns. Weil langsam wird's eng. Wir haben noch 50 Euro. Und es passiert einfach reell nichts. Keine Kundschaft, kein gar nichts. Der wird uns bestimmt helfen. Hi. Hallo, wie geht es dir? Nicht schlecht. Du bist doch der Mann, der mir geholfen hat. Ich besitze dort drüben eine öffentliche Toilette, die du benutzen kannst, wann immer du willst. Oh, danke. Es wäre sehr gut. Das Leben hat mich nicht gut behandelt. Ich habe alles verloren, nachdem ich meine Finger verloren hatte. Ich hoffe, es behandelt dich gut. Das Leben, das Geschäft zahlt sich gut aus, aber die Strom- und Wasserkosten sind zu hoch. Ich weiß sehr gut, wie ich diese Kosten senken kann. Kannst du mich unterrichten? Ja, aber denken Sie nicht, wir sollten zuerst unsere Freundschaft verbessern? Willst du was essen? Ich bin am Verhungern. Etwas zu essen wäre toll. Kaufen Sie Bohnen. Bohnen essen auf dem Markt. Super Sale. Okay. Wir kaufen etwas Bohnen auf dem Markt und gönnen uns. Vielleicht müssen wir uns auch wirklich hinsetzen, weil die dann beim Rausgehen, kann doch nicht sein, ich kann mich doch nicht jetzt hier hinsetzen. Und dann warten, bis Leute kacken gehen, damit ich dann Geld kriege. Wir werden das morgen mal ausprobieren, aber holla. Jetzt holen wir erstmal Bohnen auf dem Markt. Also wieder Qualitätssoftware hier, ich sag euch das. Besser geht es gar nicht. Wir sollen das Spiel genießen, hat der Entwickler oder die Entwicklerin gesagt. Eine Klobürste. Eine Spraygun. Ein Gastank. Raumparfüm. Papacola. Pizza. Fast and hot. Bohnen essen. So. Kaufe die Bohnen. Abholen. Gut. So. Kaufen Sie Bohnen essen auf dem Markt. Habe ich gemacht. Jetzt gebe ich dem guten Herren mal ein paar Bohnen. Da ist doch einer gerade auf dem Weg zum Kacken, eindeutig. Hier, ich habe Bohnen mitgebracht. Danke. Kannst du mich jetzt unterrichten? Klar. Nimm einen Schraubendreher und komm her. Kaufen Sie einen Schraubendreher auf dem Markt. Home sweet home. Die haben auch grundsätzlich durchgehend geöffnet hier. Hier macht keiner Feierabend oder so. Home sweet home. Kaufen wir einen Schraubendreher. Wenn uns das nachher hilft, Strom zu sparen, gar kein Problem. Schraubendreher. Präzisionsschraubendreher. Intern. Sechs Winkelstern. Da gib her das Ding. Die drei Euro habe ich gerade noch. Zack. Dankeschön. Abholen. Uh. Kann ich damit irgendwas machen? Zustechen. Wie das Spiel auch einfach no Audio hat, außer die Laufgeräusche. Hi. Du hast den Schraubendreher. Gehen Sie jetzt zur Schalttafel. Gehen Sie zur Schalttafel. Diese hier. Sie können zur illegalen Nutzung wechseln. Als die Polizei eintraf, wenn der Strom- oder Wasserverbrauch illegal ist, müssen Sie eine Strafe zahlen. Sie schulden auch, wenn Sie kein Geld haben. Es reicht aus, auf das Bedienfeld zu klicken, um zur normalen Verwendung zu wechseln. So. So, jetzt ist illegal. Kannst du mich unterrichten? Ja, aber denken Sie nicht, Sie sollten zuerst besser... Willst du etwas essen? Ich bin am Verhungern. Etwas zu essen wäre toll. Jetzt will er schon wieder Essen haben. Achso, so kann ich dann wahrscheinlich den Wasserkrams umgehen. Ist jetzt jemand gerade kacken gegangen? Kann das sein, dass wir mal Geld verdient haben? Ist das passiert? Ich werde mal versuchen, den Schraubendreher hier einfach reinzupacken. Wunderbar. Dann nehmen wir mal ein bisschen Raumspray. Sprühe mal hier ein bisschen die Toilette ein. Wunderbar. Hier ist jetzt Komfort-Level 1. Ist richtig schön. Hier auch einmal den Eingangsbereich einsprayen. Wunderbar. Und bei den Damen auch direkt einmal sprayen. Herrlich. Jetzt ist das schön hier drin. Da fühlst du dich direkt wohl. Da würde ich sofort kacken gehen. Wenn ich jetzt halt nicht die ganze Scheiße auf dem Boden hätte. Wo ich noch nicht weiß, wie wir die wegkriegen. Aber auch das finden wir noch raus. Okay. Kaufen Sie Bohnen erst. Jetzt kaufe ich dem Typen nochmal Bohnen. Er möchte sie haben. Was ist das für ein Game, Alter? Okay. So. Hallo. Hallo. Ich bräuchte bitte einmal Bohnen. Hier Toilettenpapier. Ja, da reicht das Ranzige, Alter. Komm. Deswegen gehen die bestimmt nicht kacken. Ah, nein. Weil kein Toilettenpapier da ist. Das fehlt noch. Zack. Zack. Sender an Toilette. Und dann kaufen wir noch einmal Bohnen. Mir geht langsam... Oh, oh. Langsam die Kohle aus. Spiel. Gespeichert. Und wir haben mal wieder Hunger. Oh. Warte. Dann kaufen wir einmal Bohnen. Abholen. Dann essen wir die selber. Schmeiß weg. Einzige Soundeffekte im Game, Alter. Hier Dinge in seinen Schlund reinpackt. Abholen. Und wir furzen. Das ist alles. So. Scheiß auf die Dusche. Ich gebe das jetzt erstmal dem Dude. Dann werden wir unseren Freundschaftslevel erhöhen. Und wahrscheinlich bringt er mir dann bei, wie ich den Wasserzähler umgehen kann. Hier. Ich habe das zu essen für dich dabei. Danke. Kannst du mich unterrichten? Nimm einen Schraubenschlüssel und komm her. Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Okay. Man kann wahrscheinlich online irgendwann Informationen einkaufen, wann die Polizei immer vorbeikommt zum Gucken. Damit man dann rechtzeitig wieder zurückdrehen kann. Ja. Wenn ich so stinke, alter Scheiße, Bruder. Hallo. Bitte einmal bezahlen. Danke. Nimm das auch gleich mit, ja? So. Wir haben noch 31 Euro und bis jetzt noch, glaube ich, keinen Besucher gehabt, oder? Statistiken. Haben wir schon Rechnungen? Noch nichts. Sehr gut. Und Statistiken. Keine Besucher. Komfort ist zwar auf drei, aber kommt keiner. Weil das Scheiß aus Papier fehlt. So. Ich habe hier was. Du hast den Schraubenschlüssel. Gehen Sie jetzt zur Schalttafel. Okay. Immer an der Uhr rumdrehen, ne? Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? So. Noch was? Kannst du mich informieren, wenn du die Polizei siehst? Ja, aber denken Sie nicht, wir sollten zuerst unsere Freundschaft verbessern. Willst du etwas essen? Ich bin am Verhungern. Etwas zu essen wäre toll. Okay. Siehst du. So geht's nämlich. Moin. Kann ich dich hauen? Nee. Geht jetzt mal hier irgendjemand auf mein Scheißhaus? So, warte mal. Den packen wir weg. Dann nehmen wir mal Klopapier mit. Alter, wie das hier aussieht. Ah. Ich glaube, das ist das Problem. Was ist das? Wie kann denn das kaputt und verstopft sein? Es wäre schön, wenn ein WC-Schild an der Tür wäre. Ein Kunde. Ein Kunde. Mehr Leute kommen hierher, wenn sie Raumparfüm sprayen. Kundschaft. Okay. Da. Jemand hat Geld hier gelassen. P. Statistiken. Kunden gestern. Kunden am Vortag. Hä? Also, jemand hat mir Geld gegeben. Ich weiß aber nicht, warum. Muss ich jetzt hier hinten? Muss ich jetzt hier sitzen und warten? Ist das das Game? Hier sitzen und warten, dass jemand kommt und mein Klo benutzt? Sieht so aus. Es wäre schön, wenn ein Klo... Die Frage ist auch, wie mache ich das weg hier? Wie kann ich den Schmutz auf dem Boden wegmachen? Muss ich da einen Reinigungsservice für engagieren? Warum kann ich das nicht selber machen? Mal sehen. Oh, die Bullen. Das ist doch die Polizei. Das ist doch eindeutig die Polizei. Oder? Ist das die Polizei? Ich glaube schon. Scheiße, Bruder. Scheiße, Bruder. Scheiße, Bruder. Wir müssen schnell sein. Wir müssen schnell sein. Wir müssen schnell sein. Wir müssen schnell sein. Ich weiß nicht. Es hat, glaube ich, nicht funktioniert. Ah, Mist. 50 Euro Strafe. Na wunderbar. Das hat sich ja voll gelohnt. Kacke, Mann. Und jetzt? Ich habe minus 14 Euro. Ich glaube, das Gefühl, unser Kackhaus-Imperium ist bald schon am Ende. Ich werde mal erstmal diese ganze illegale Kiste wieder zurück machen, weil noch eine Strafe können wir uns definitiv nicht leisten. Mist, Mann. Aber den Strom hat sie nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil das jetzt erst auf illegalen Stromverbrauch umgestellt ist. Sie können zur illegalen Nutzung wechseln. Okay. Ja, das haben wir ja schon mal gesehen. Alter, was ist das für Game, Mann? So. Gut. Hat jemand hier Geld gelassen? Nein. Also, ich weiß auch nicht. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich muss hier wirklich die ganze Zeit sitzen. Was ist das? Okay, ich habe mal gespült. Dann ist es auch hier wieder gut. Dann kann hier wieder Kundschaft reinkommen. Irgendwie brauchen wir noch ein Schild, dass die Leute raffen, dass das hier eine Toilette ist. Irgendwie. Ist gut, Hahn. Meine Lieben. Ihr hört den Hahn krehen. Ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen an dieser Stelle einen ganz kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es, sprennt die Däumlein da. Kommentar und Feedback natürlich. Ich will mir gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Paar wieder. Bis dahin. Viel Spaß beim Zocken. Tschüss. Euer Blaufuchs. Euer Blaufuchs. Bis zum nächsten Mal.